In uns tobt ein Sturm, ein Brennen, ein Verlangen, der Wille mehr zu geben, als überhaupt vorstellbar ist. Alle herhören, Red Wings hat was Go. Das ist die Zielperson, ein führender Taliban. Er hat letzte Woche 20 Marines getötet. 20. Wir gehen mit einem Vier-Mann-Team rein. Axelson, ich, Dietz, Marisch. Sind die Jungs bereit? Abstellung bezogen. Alles gut. Das sind mehr als nur 10. Das ist eine Armee. Hey, los! Runter auf den Boden! Die Operation ist gefährdet. Hier ist Spartan Zero-One. Danny, funktioniert das Funkgerät? Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Erstens, wir lassen sie laufen und sehen weiter. Dann läuft er sofort da runter und wir haben 200 von denen im Nacken. Zweitens, wir eliminieren die Gefährdung. Wir können doch keine Kinder umbringen. Wir lassen sie frei und gehen nach Hause. Haben wir das Richtige getan? Spartan Zero-One, Funkcheck. Hören Sie uns? Danny, ich hab hier keinen Empfang. Hast du was? Das sieht nicht gut aus. Oh nein. Ich glaub, es gibt gleich ein heftiges Feuerwerk. Und los geht's. Na los, Jungs! Bewegt euch! Wir haben mich erwischt. Uns alle. Kannst du kämpfen? Feindkontakt haben! Ich bin froh! Wir schaffen das, oder? Ganz sicher. Egal wie sehr es schmerzt, wie dunkel es wird, oder wie tief du fällst, du hörst niemals auf zu kämpfen. Untertitelung des ZDF, pools zä în turmeric, aus. Untertitelung des ZDF, 2020